Heute möchten wir Ihnen gerne eine weitere unserer virtuellen Bürolösungen vorstellen. Bei unserem Telefonservice haben Sie die Möglichkeit, eine lokale Rufnummer zu erhalten. Unter dieser Rufnummer nehmen wir gerne die Telefonate in Ihrem Firmennamen entgegen und wir verfahren gerne mit der Anrufannahme Ihren Wünschen entsprechend. Das heißt, wir können zum einen Telefonnotizen aufnehmen und Ihnen diese dann per E-Mail zukommen lassen. Die Telefonate in Ihrem Namen beantworten und das Telefonat zu Ihnen auf das Mobiltelefon verbinden. Natürlich können wir auch eine permanente Rufweiterleitung für Sie einrichten. Mit uns haben Sie stets einen zuverlässigen Partner an Ihrer Seite und verpassen garantiert keine Anrufe mehr. Weitere Informationen zu unserem Telefonservice und natürlich zu allen anderen Services finden Sie wie gewohnt auf unserer Webseite oder auch gleich hier unter diesem Post. Wir freuen uns sehr auf Ihre Fragen und unterstützen Sie selbstverständlich an unseren Standorten immer gerne. Bis demnächst und ciao!